Hallo und herzlich willkommen zurück bei Get On Board. Heute mit einem Video, über das ich mich riesig freue. Ich kann meine Lieblingsspiele aller Zeiten präsentieren, die Top 50 aller Zeiten. Und wir fangen heute an mit den Top 50 bis zu den Top 41. Nochmal tausend Dank wirklich an jeden, der Get On Board schon abonniert hat und jedem, der dieses Video sieht und vielleicht noch überlegt. Gerne ein Abo dalassen. Ich frage nicht häufig danach, aber dieses Video, diese Videoserie habe ich quasi nur ins Leben gerufen, weil häufig danach gefragt wurde in den Kommentaren. Und ich dachte, es wäre eine ganz coole Sache, es zu dem 1000 Abonnenten Special zu machen. Und werde jetzt dann quasi alle 250 Abonnenten dann die nächste Episode davon rausbringen. Und es war eine ganz schöne Aktion, diese Liste zusammenzustellen. Weil man hat ja schon so eine Idee, was so seine Lieblingsspiele sind. Aber diese wirklich in numerischer Reihenfolge hat man die nicht. Also zumindest ich hatte die bisher nicht wirklich. Ich logge meine Spiele online bei Board Game Geek. Aber auch da gebe ich dann Prozentpunkte quasi. Oder dann da halt eine 8.9, wenn es 89 Prozent ist. Oder was auch immer ich dem Spiel gebe. Aber das dann wirklich nochmal, was ist die Nummer 37, was ist die Nummer 42. Boah, das war ganz schön schwierig. Ich saß jetzt wirklich stundenlang da dran. Habe mir alle möglichen Spiele auf diese Post-its geschrieben. Hier seht ihr ein paar, die es nicht gemacht haben. Also zum Beispiel Great Western Trail hat es knapp nicht geschafft. Habe mir an die 100 Zettel gemacht und die dann hier auf dem Tisch überall verteilt. Hin und her geschoben. Und dann, im Endeffekt kommt es ja dann darauf an, spiele ich dieses Spiel X lieber als Spiel Y. Wenn ja, kommt es davor. Wenn nicht, kommt es dahinter. Und das habe ich die ganze Zeit gemacht, bis ich, also meine Top 10, die war einfach. Dahinter wurde es aber wirklich ein bisschen haarig. Und das war, also nagelt mich nicht darauf fest. Es mag jetzt auch passieren, dass, ich glaube, das habe ich auch schon festgestellt, dass zum Beispiel Spiele, die aus der letztjährigen Top 13, also meine Top 13 Spiele 2018, nicht unbedingt in der gleichen Reihenfolge sind, wie sie jetzt dann in meiner Top 50 auftauchen werden, falls davon Spiele auftauchen. Also es ist auch kein zu mathematischer Ansatz, mehr so eine Gefühlssache, was mag ich mehr. Und da gehört es natürlich auch dazu, dass Spiele mal ein bisschen weiter oben, ein bisschen weiter unten sind. Je nachdem, wie häufig man zur letzten Zeit gespielt hat, wie gut die letzte Spieleerfahrung damit war. Und gerade so kleinere Spiele, die auf den Listen auch auftauchen werden, da tue ich mich immer schwer, die einzusortieren und die mit großen Spielen zu vergleichen. Im Vergleich zumindest zu, wie gern spiele ich das jetzt gerade, kommt auch auf die Gruppe an. Und ein Spiel, was 10 Minuten dauert, das kriegt man natürlich deutlich häufiger und einfacher an den Tisch, als ein Spiel, was 3 Stunden dauert. Und das zu vergleichen, fand ich nicht so einfach, habe es dann aber trotzdem einigermaßen hinbekommen. Genug geschwafelt, lasst uns loslegen mit Nummer 50. Nummer 50 ist Decrypto. Habe ich vor nicht allzu langer Zeit auch ein Review dazu gemacht, könnt ihr euch gerne angucken. Decrypto ist ein Spiel, wo zwei Teams gegeneinander spielen. Die Teams untereinander sich probieren zu erklären, vier Begriffe zu erklären, beziehungsweise eigentlich nur die Position, wo diese Begriffe stehen in ihrem Kartenhalter. Und aber nicht zu eindeutig sich das erklären dürfen, weil das gegnerische Team immer mithört und auch immer eine Chance hat, quasi das abzuhören und dementsprechend Punkte zu sammeln, während ihr euch probiert, das zu erklären. Deswegen müsst ihr so vage sein, dass das Team nicht gut mithören kann, das Gegnerische, aber auch nicht zu vage, dass euer eigenes Team nicht mehr versteht, was ihr von denen wollt. Das ist immer so ein Ritt auf Messers Schneide, was ab sechs Personen so richtig gute Fahrt aufnimmt, weil dann ein Teamkapitän immer pro Runde zumindest zwei Leuten was erklären kann. Und wenn diese beiden Leute dann leise probieren, sich zu hinterfragen, was meint er genau, was meint unser Kapitän genau, was probiert er uns zu erklären? Meinst du, der Tipp ist dafür zuständig? Es hat was von Codenames, es ist ein klassisches Kommunikationsspiel, wobei klassisch, gerade in den letzten Jahren kamen ja diese Kommunikationsspiele nochmal in einer Wiedererblühung raus. Ein Spiel, was total, total süchtig macht. Also wenn man so eine Runde gespielt hat und eine Runde dauert zwischen zehn, wenn man sich schlecht versteht, manchmal auch eine halbe Stunde vielleicht, also so das Maximum, was ich bisher gespielt habe. Und dann möchte man eigentlich direkt nochmal spielen, weil man probiert nochmal Teams zu tauschen oder sagt, oh, das war schlecht, jetzt weiß ich aber, wo es drauf ankommt. Überraschend strategisch, man muss schon genau von der ersten Runde an nachdenken, welche Tipps gebe ich, damit ich es nicht zu einfach oder zu schwer auch für meine Teamkameraden mache. Sehr zu empfehlen, Decrypto ist ja so auf der Schwelle zum Partyspiel, weil nicht jede Party verträgt so ein Spiel. Da muss man auch manchmal nachdenken, also kommen da nochmal Ruhephasen vor. Und während der Teamkapitän sich Begriffe überlegt, mit denen er erklärt, kann das restliche Team sich natürlich auch über andere Sachen unterhalten. Aber ein Spiel, was ich trotzdem sehr gerne mache und ich würde es als Partyspiel klassifizieren. Nummer 49 ist Empires of the Void 2, ein Ryan Lockett Spiel. Ryan Lockett, ja die One-Man-Machine, die alles macht, das Spiel selber verlegt, selber designt und auch das Artwork macht. Und das Artwork könnt ihr hier sehen, super, super schön. Es werden natürlich auch wieder Bilder eingeblendet hier. Ein Spiel, in dem ihr relativ frei seid, was ihr machen könnt. Ihr reist durchs Weltall, reist zu Planeten, verbündet euch mit Aliens, kämpft gegen Aliens, könnt Planeten friedlicher Natur übernehmen, könnt die probieren mit militärischer Hilfe zu übernehmen, probiert vielleicht auch Missionen zu erfüllen, hier eine Cargo-Fracht aufnehmen, die zum anderen Planeten bringen, eventuell spezielle Fähigkeiten von anderen Planeten und anderen Alien-Rassen, die sich einem anschließen, dazu zu bekommen, Städte zu bauen, sein Raumschiff zu verbessern. Aber alles auf eine sehr unkomplizierte Art und Weise. Ein Spiel, was super viel verspricht. Alles, was ich jetzt aufgezählt habe, ist in dem Spiel drin. Aber es wirkt nicht überladen, es wirkt nicht, als hätte es zu viele Regeln. Es ist ein Spiel, wo man gut mit drei, vier, fünf Leuten spielen kann. Man sich eventuell manchmal trifft und auch gegeneinander kämpft, aber sich vielleicht auch gut aus dem Weg gehen kann und man immer die Kontrolle hat, genau das zu machen, was man wirklich möchte. Also man kann friedlich leben, man kann manchmal auch den Kriegsfahrt einschlagen, klar, kein Problem. Und trotzdem ist es total ausbalanciert. Und es hat was in diesem Spiel, was ich sehr gerne mag. Wenn ein Spieler die Rolle oder die Aktion für alle wählt und alle können sich anschließen und eine weniger starke Variante machen oder vielleicht noch eine kleine Entschädigungsaktion machen, wenn sie sich nicht anschließen. Das gab es ja das erste Mal, glaube ich, bei Puerto Rico so richtig. Ein Spiel, was wir vielleicht auch noch irgendwann auf meiner Liste sehen werden. Und Empires of the Void macht das auch wirklich klasse, dass immer alle Spieler in den Zügen auch von anderen Spielern immer noch involviert sind und immer ein Auge auf das Spielfeld haben sollten, auch wenn der Gegner gerade dran ist. Und das ist bei so einem Spiel, finde ich, wichtig, wenn so viele verschiedene Strategien in so einem schon komplexen, aber nicht zu schwer zu erlernen, ein Spiel aufeinandertreffen. Und das hat Ryan Lockett hier wirklich klasse umgesetzt bei Empires of the Void 2. Ein Spiel, was ich sehr mag, obwohl ich so Space spiele, wo es dann um Krieg im Weltall geht, eigentlich überhaupt nicht mag, weil ich finde das irgendwie langweilig. Also ich liebe Star Wars, aber sonst finde ich das vom Thema irgendwie so ein bisschen totgetreten. Aber das Spiel hat mich definitiv überzeugt. Empires of the Void 2. Nummer 48 ist so ein, auf Englisch würde man sagen, The Odd Man Out. Ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die dieses Spiel mögen. Destination X ist bei Board Game Geek nicht sonderlich hoch bewertet. Aber, und auch wenn man jetzt sagt, das magst du, Flo, das magst du ernsthaft lieber als Empires of the Void 2? Ja, irgendwie schon. Also ich habe zumindest häufiger Lust auf Destination X und das meine ich eben mit dem schwierig kürzere, mit längeren Spielen zu vergleichen. Ich habe dieses Spiel über 150 Mal gespielt, glaube ich. Ein Spiel, in dem es eigentlich einen Spion gibt, der sich probiert, in einem Land zu verstecken, ein Land auf unserer Erde. Und in diesem Spiel gibt es ganz viele Landeskarten, also eine doppelseitige Karte. Auf der einen Seite der Karte ist immer ein Land mit der Flagge. Also zum Beispiel Deutschland, Nigeria, Aserbaidschan, was auch immer. Und auf der Rückseite sind ein paar Informationen zu diesem Land. Der Spion ist einer der Spieler. Der hat so ein Heftchen vor sich, in dem alle Länder dieser Welt drin sind, mit allen Informationen. Und er wählt sich eins von den Ländern, die auf dem Tisch liegen, also nur mit den Flaggen und den Ländernamen offen, aus und probiert sich da drin zu verstecken. Hat alle Informationen. Und die restlichen Leute am Tisch spielen als Team und probieren rauszufinden, in welchem Land auf dem Tisch befindet sich der Spion gerade. Und dazu haben sie Fragekarten, wo sie immer vier auf dem Tisch haben. Zum Beispiel, wie viel Bevölkerung hat das Land, in dem du dich versteckt hast? Welche Religion ist da hauptsächlich zu vertreten? Mit welcher Währung bezahlt man? Grenzt es an den Atlantik? Grenzt es an den Pazifik? Wie viele Nachbarländer hat es? Und dann probiert er rauszubekommen, welche Länder kommen nicht in Frage. Ihr müsst jede Runde ein Land eliminieren. Also dann zum Beispiel, okay, es hat fünf Nachbarländer, das heißt, es wird nicht Deutschland sein. Also Deutschland bist du nicht. Dann antwortet der Spion, richtig, in Deutschland bin ich nicht. Und so probiert man rauszufinden, nach und nach, von den, ich glaube, sechs Länder sind es am Anfang. Wir haben aber manchmal auch noch mit neun oder zehn gespielt, um es ein bisschen schwieriger zu machen, weil der Spion schon einen deutlichen Vorteil hat in dem Spiel. Es ist schon am Anfang, es ist nicht so einfach, wenn man am Anfang keine Ahnung von Aircon hat und ich hatte keine Ahnung von Aircon hat, aber durch dieses Spiel ist das wirklich besser geworden und deswegen mag ich dieses Spiel so gerne, weil man dabei auf spielerische Art und Weise noch was lernt. Es ist nicht für jeden, nicht jeder mag dieses Spiel, aber doch mehr Leute haben es genossen, als ich dachte und auch als die selber gedacht haben, weil wir haben das Spiel dann gespielt, dann kamen Leute dazu und wollten mitspielen, einfach weil wir immer Runde für Runde gespielt haben. Und so eine Runde dauert dann zwischen zwei und sechs, sieben Minuten. Man kann es auf der Autofahrt spielen, wir haben es am Strand gespielt, wir haben es überall gespielt, wir haben es teilweise auch ohne Karten gespielt, einfach nur mit dem Heft. Einer auf der Rückbank im Auto hat sich ein Land ausgesucht und wir haben dann quasi die Karten im Kopf aufgedeckt und dann gesagt, okay, jetzt haben wir Bevölkerung, also wie viel Bevölkerung hat dein Land? Und man lernt wirklich sehr, sehr viel über dieses Land. Es hat Mankos, trotzdem mag ich die Spiele unfassbar gerne. Hier auf der Box sehe ich gerade jetzt 20 Minuten, vielleicht ein paar mehr Spielern, aber wir haben es auch häufig zum zweiten oder zum dritten gespielt, dann ist wirklich auch fünf, sechs, sieben Minuten pro Runde nicht allzu schwierig hinzubekommen. Meine Nummer 48 ist Destination X. Nummer 47, ein weiteres kleines Spiel, Schottentotten von Rainer Knizia oder ich glaube, es gab auch mal eine andere Variante, die hieß Battle Line. Und hier ist quasi einfach nur ein Deck Karten drin und ein paar Runensteine. In dem Fall sind es dann, ich glaube, Pappaufsteller. Und man probiert von den neun Runensteinen, die in der Mitte sind, die Mehrzahl für sich zu bekommen. Es ist ein Spiel, was ich eher, naja, es ist ein abstraktes Spiel und es ist kein Glücksspiel. Also sehr, sehr wenig Glück ist in dem Spiel. Es ist sehr taktisch, weil man probiert mithilfe Ausspielen von Karten, man spielt immer abwechselnd Karten aus, das ist ein reines Zweispielerspiel, soll ich dazu sagen. Man spielt eine Karte aus zu einer Rune und probiert das beste Dreier-Set Karten auf seine Seite der Rune zu bekommen, weil wenn man das beste Dreier-Set an Karten auf seiner Seite hat, geht die Rune auf deine Seite und hast du fünf, also die Mehrzahl, hast du gewonnen. Dazu kommt noch, hast du drei Runen nebeneinander auf deine Seite bekommen, hast du auch gewonnen. Und es hat diesen wunderbaren Aspekt, dass man den Gegner davon überzeugen kann, diese Rune gehört auf jeden Fall mir, auch wenn dann auch gar keine drei Karten auf jeder Seite liegen, weil du kannst die nicht mehr gewinnen. Ich habe hier vielleicht zwei Achten schon auf meiner Seite liegen und alle neun, die in dem Spiel sind, liegen schon zum Beispiel. Und jetzt hast du es wirklich schwer, dann quasi an diese Rune noch zu kommen, die meine drei nebeneinander vervollständigt. Klingt ein bisschen kompliziert, ist aber wirklich super simpel. Und mit super simpel meine ich super simpel zu erlernen, es dann gut zu spielen, ist nicht so einfach, weil die Karten, je nachdem zu welchem Zeitpunkt man die auf die Hand bekommt, wartet man dann teilweise verzweifelt auf die richtige Karte auf der Hand, denkt sich, vielleicht hat der Gegner die aber auch. Ein super schnelles Hin und Her, auch hier dauert eine Runde so zwischen 10 und 15 Minuten, also auch sehr schnell gespielt, braucht nicht allzu viel Platz auf dem Tisch, wobei man einen sehr breiten Tisch dafür braucht. Aber auch das haben wir schon im Café gespielt, haben die dann ein bisschen zusammengeschoben. Ein super, super schönes Spiel, Schottentotten. Wer da viel Thema drin sucht, der ist da wahrscheinlich falsch, aber wer ein Spiel sucht, was er gerne mal mit dem bedeutenden anderen spielen kann, der ist hier, glaube ich, sehr gut beraten mit. Und wenn ihr zum Beispiel Lost Cities oder sowas mögt, solltet ihr euch das auch nochmal angucken. Leider relativ unbekannt hier in Deutschland, glaube ich. Schottentotten, Nummer 47. Nummer 46, ein moderner Klassiker, würde ich es nennen, von Bruno Cathala, ist Five Tribes. Ein Spiel, was wahrscheinlich viele kennen werden. Ist ein gehobenes Kennerspiel, was diesen Mankala-Mechanismus hat. Das heißt, ihr nehmt von einem Feld eine bestimmte Anzahl Arbeiter, in dem Fall sind das, oder Arbeiter sind es nicht wirklich, aber von Miepeln, die einem von fünf Völkern zuzurechnen ist, nehmt die alle auf und setzt dann Schritt für Schritt an jedem Feld daneben einen Arbeiter ab. Könnt ihr euch in verschiedene Richtungen bewegen und den Miepel, den ihr auf dem letzten Feld absetzt, der muss zu der Farbe passen, der auf dem Feld schon vertreten ist und dann führt ihr die Aktion dieses Feldes aus. Es wird ein bisschen deutlicher, wenn ihr das Foto hier vielleicht seht oder das Bild zum Spiel seht, weil die verschiedenen Plättchen, die auf dem Tisch liegen, die verschiedenen Ortschaften, die auslegen, jemals was Verschiedenes machen. Ihr probiert verschiedene Rohstoffe zusammen, also so ein bisschen Set Collection, die Gebäude an einem strategisch guten Ort auf dem Spielfeld zu platzieren. Die Völker haben alle eine unterschiedliche, also die Figuren in den verschiedenen Farben, die den Völkern angehören, haben eine verschiedene Spezialfähigkeit. Man kann sich noch Spezialfähigkeiten dazukaufen, die einem im Laufe des Spiels helfen oder Punkte am Ende des Spiels geben, super facettenreich und nicht einfach zu erlernen und teilweise auch wirklich überfordern, weil es so viele mögliche, also unzählig viele mögliche Spielzüge gibt, die ihr machen könnt. Und dann sitzt man da manchmal und denkt sich, oh, was, also das, wenn ich diese 5 hier aufnehme, der eine da, der eine hier hin, was bei manchen Spielern schon so ein bisschen dazu führen kann, dass sie ewig lang überlegen, mit solchen, lieber nicht sowas spielen, aber der Facettenreichtum bei dem Spiel, gerade wenn man noch die erste oder die zweite Erweitung dazu nimmt, ist bombastisch. Ich kann es nicht immer spielen, aber wenn ich es spiele, komme ich in so einen Rausch und denke mir, boah, ist das ein fast perfektes Spiel. So strategisch, so anspruchsvoll, so, aber trotzdem streamlined, also trotzdem ohne unnötige Regeln dabei und nicht unbedingt super thematisch, aber trotzdem immer spannend, was der Gegner macht, weil der Gegner einem das Spielfeld ja in einer komplett anderen Aufstellung eventuell übergibt und die alle Züge sich dauernd verändern mit Spezialfähigkeiten und Player-Powers, die da, die dabei sind, wo man das alles beeinflussen kann. Super, so schön, ich habe jetzt schon wieder Lust, das zu spielen, wenn ich nur darüber rede. Five Tribes von Bruno Cathala. Nummer 45 ist Anecrony, ein Riesenbox hier. Dieses Spiel, ein Worker-Placement-Spiel, in dem es auch noch um in die Zukunft reisen geht oder sich aus der Zukunft von sich selber eigene Rohstoffe zu leihen. Total absurd, wenn man darüber nachdenkt, dann muss man auch erstmal seinen Kopf drumrum schlagen, um dieses Konzept zu verstehen. Rohstoffmanagement ist hier an der Tagesordnung. Ihr habt verschiedene Arbeiterklassen, die ihr habt. Es gibt zum Beispiel Genies, die für alle Arbeiter stehen können. Ihr habt, ich glaube, technische Experten, die an bestimmte Orte geschickt werden können, wo andere nicht hin können. Manche Leute kriegen bestimmte Rohstoffe irgendwo günstiger oder kriegen mehr Rohstoffe, wenn sie zu einer Mine gehen. Und ihr habt ein eigenes Worker-Placement-Feld vor euch, wo nur ihr hin könnt. Und es sind diese super klasse Miniaturfiguren, diese Max drin, wo ihr eure Arbeiter oben reinschieben könnt, dass nur noch quasi die Arbeiterklasse oben rausguckt. Und die könnt ihr dann auf ein zentrales Feld schicken, wo ihr euch auch mit anderen Spielern die Arbeiterplätze teilen müsst. Also wenn ihr da hingeht, ist der für die anderen Spieler weg. Und dieses Abwägen nehme ich jetzt ein Worker-Placement bei mir auf dem Feld erstmal oder packe ich einen meiner Max in die zentrale Hauptstadt. Man muss sich hier auf den drohenden Weltuntergang sozusagen vorbereiten, weil man weiß, dass in der Zukunft ein Meteorit einschlägt. Wann ist nicht ganz klar. Und man möchte auf jeden Fall dann die beste Ausgangslage haben, um die ganzen Leute, die vor dem Weltuntergang fliehen, zu sich ins Reich zu holen und man sich da so ein bisschen darauf vorbereiten möchte. Kann sich quasi auch wirklich Rohstoffe von sich selber leihen und auch eventuell Arbeiter sich aus der Zukunft von sich selber schicken lassen. Aber irgendwann, wenn man dann in der Zukunft ist, also das Spiel eine Zeit lang gespielt hat, muss man diese Arbeiter hier auch wieder zurück in die Vergangenheit schicken, weil dann sich der Zeitkreislauf quasi auch wieder schließen muss. Sonst kriegt man Minuspunkte. Und auch sonstige Konsequenzen muss man davon tragen. Ein Spiel, ihr merkt schon, wenn ich darüber rede, was durchaus komplex ist. Aber hier, Mindclash Games ist eine Firma, die sowas immer klasse hinbekommt, dieses hochkomplexe Thema gut in ein Spiel zu verpacken, was nichts zu überladen, überlastet mit unnötigen Regeln ist, sondern was wirklich alles in allem Sinn macht und ein schönes Gesamtpaket ist. Nummer 45, Nekroni. Nummer 44 ist einer meiner Lieblingsdeckbilder und ich bin kein Deckbilder-Fan, aber dieses Spiel hat es mir angetan. Clank in Space. Es gab, oder Klong im Weltall heißt es auf Deutsch. Es gab ja das normale Klong schon, wo man in so einen Dungeon runter musste und von einem Drachen ein Artefakt klauen musste. Hier muss man das im Weltall machen. A, gefällt mir das Thema besser, auch weil es ganz viele Seitenhiebe auf Star Trek und Star Wars gibt, also Karten, die das ein bisschen anspielen, die dann irgendwie nicht Han Solo, sondern Ban Folo oder sowas drin haben oder Prinzessin Krayla, die das so ein bisschen auf den Arm nehmen. Das finde ich sehr witzig. Da kann man sich auf den Karten, die man sich kauft, nochmal ordentlich teilweise lachen. Sehr viele unterschiedliche Karten, sehr viele Spezialfähigkeiten, auch hier auf den Karten dabei, die einen dann nach und nach, je länger das Spiel dauert, von den anderen abheben, wie es bei einem guten Deckbilder ja auch sein sollte. Und das Coole ist hier, und weswegen ich diesen Deckbilder mag im Vergleich zu reinen, puren Deckbildern, dass hier noch ein Brett dabei ist, ein Spielbrett, wo man seinen Charakter darauf bewegt, um halt in dem Raumschiff vom bösen Lord Eraticus ein Artefakt ihm wegnehmen zu müssen. Und man kann entweder etwas tiefer ins Raumschiff eindringen, mit Hilfe von, man muss vielleicht Türen knacken oder sich über so Hyper-Space-Bänder beamen, eventuell ein bisschen Geld bezahlen, auch ein bisschen aufpassen, manchmal ein bisschen kämpfen. Um ein höherpreisigeres Artefakt, also ein Artefakt, was mehr Siegpunkte gibt, rauszuschmuggeln. Oder er holt sich ganz am Anfang, direkt hinter der Tür schon, ein kleines Artefakt und probiert ganz schnell wieder zurück zu den Escape-Pods, also den Rettungskapseln zu kommen, um andere Spiele unter Druck zu setzen, weil es so ein Rennen auch ist. Wer kommt als erstes aus dem Raumschiff raus? Und dann wird Lord Eraticus erst richtig böse und probiert einen davon zu hindern, überhaupt noch vom Raumschiff zu fliehen. Eine sehr strittige Stimmung kann da teilweise aufkommen, in dem positiven Sinne, also weil die Spieler schon probieren, in Competition zueinander, die Sachen da rauszuholen und man immer natürlich diesen Karten-Misch-Effekt haben kann, dass genau jetzt gerade nicht die Karten auf die Hand kommen bei einem Deckbilder, die man gerade bräuchte in so einem Rennen. Sehr, sehr cool. Klong im Weltall beim Schwerkraftverlag auf Deutsch auch erschienen. Super, super gutes Spiel tatsächlich. Nummer 43 ist von Wladimir Suchy und heißt im englischen Original Prodigals Club oder auf Deutsch Der Club der Verlierer. Ein bisschen absurdes Spiel, weil es so den normalen Siegpunktmechanismus auf den Kopf stellt, weil hier probiert man, als reicher Erbe von einem netten Onkel alles Geld zu verprassen. Und nicht nur Geld, sondern auch alle Besitztümer und auch noch den Stand in der Society quasi, also seinen Ruf komplett zu ruinieren. Es gibt drei Module, die man zusammenfügen kann. Man kann auch nur mit zwei von drei spielen. Ich liebe dieses Spiel, aber wenn ich alles zusammenschmeiße und man probiert nach und nach sowohl den Ruf, als auch das Geld, als auch die Besitztümer zu verhökern und möglichst billig abzugeben mithilfe von schlitzürrigen Freunden, schlechten Anwälten, Partys und Yachtboten, die man möglichst teuer kauft und möglichst günstig wieder zu verscherbeln, Ruinen kaufen zu überteuerten Preisen, um sie dann wieder für einen Apfel und ein Ei wirklich zu verhökern. Allein das Thema bringt mich jedes Mal zum Grinsen und was man machen kann, irgendwie ein Picknick mit einem Pferd in einem Luxuslokal machen, damit das Ansehen noch weiter sinkt und diese Sachen zu kombinieren, weil am Ende aus diesen drei Modulen, die zusammenkommen, zählt dein höchster Wert. Das heißt, du probierst alles möglichst gleichmäßig runterzubringen, sowohl Ruf als auch Geld, als auch Besitztümer, um nicht am Ende zwar ohne Ruf und ohne Geld dazustehen, aber noch ganz viele Besitztümer zu haben, weil wenn man in einer Sache super gut ist, also man hat all sein Geld verschwendet, die anderen beiden Sachen sind immer noch sehr weit oben, dann wird man dieses Spiel nicht gewinnen. Es ist ein Worker Placement Spiel, wo man auch mit den Worker Placement Aktionen noch Karten sammeln kann. Und diese Karten muss man probieren, gut zu kombinieren, um vielleicht die auch mal anzusammeln, dass man zum Beispiel ganz viele Karten einer Art ansammelt, so eine Art Set Collection, um dann eine große Rede zu halten, wie schlecht man selber ist und wie wenig man von Politik versteht, um möglichst viele Wahlstimmen noch zu verlieren. Sehr, sehr witzig. Im Endeffekt ist es natürlich nichts anderes, als Siegpunkte sammeln, nur andersrum. Trotzdem, das Thema kommt hier sehr, sehr, sehr toll durch und es ist ein einzigartiges Spiel für mich. Dauert so zwischen 60 und 90 Minuten zu zweit oder zu dritt, zu viert, vielleicht ein bisschen mehr, zu fünf kann man es auch spielen, habe ich noch nicht gemacht. Würde ich aber machen, ist jetzt kein Spiel, was ich da mit fünf Spielern nicht spielen würde. Man muss sich ein bisschen reindenken, ja, aber sonst ist das wirklich ein super klasse Spiel, was leider bei, auf viele Leute Radar nicht so wirklich ankommt. Probiert es definitiv mal aus, es ist wirklich wert. Klub der Verlierer von Wladimir Sochi. Nummer 42 ist Isle of Sky, vor allem mit den Erweiterungen, die es dazu gibt. Isle of Sky, ich glaube, jetzt 2014 Kennerspiel des Jahres geworden. Ich habe noch die Version bevor, ich glaube, normalerweise müsste hier jetzt der 2014er Kennerspielpreis drauf sein. Ein Plättchenlegespiel im Sinne von Carcassonne, nur deutlich komplexer, also definitiv ein Kennerspiel. Aber für Leute, die Carcassonne vielleicht schon mal gespielt haben, denen das vielleicht inzwischen auch mit Erweiterungen ein bisschen zu Fahrt geworden ist, probiert das auf jeden Fall mal aus. Und Leute, die das hier noch ein bisschen zu leicht finden, besorgt euch auf jeden Fall die erste Erweiterung. Isle of Sky, die Wanderer. Klasse Erweiterung, die das Spiel nochmal deutlich komplexer macht, fast schon sogar zum Experten-Spiel macht, würde ich sagen. Ihr probiert also eure Plättchen auszulegen und die Plättchen bekommt ihr mit Hilfe eines ganz raffinierten Mechanismus. Und zwar zieht jeder Spieler drei Plättchen aus dem Beutel, positioniert die vor seinem Schirm, seinem Sichtschirm und dahinter legt er Geld aus seinem Vorrat, um die Preise für diese Plättchen festzulegen, sodass die Gegner die kaufen können. Man probiert sie also möglichst teuer zu machen, damit die Gegner die genau für diesen teuren Preis bei einem kaufen müssen. Und wenn die die bei einem kaufen, kriegt man das Geld, was man quasi als Preis festgelegt hat, aus seinem eigenen Vorrat und das Geld des Nachbarn, also beides, also ihr kriegt den doppelten Preis zurück und könnt das Geld dann vordern auch ausgeben. Aber wenn ihr es zu teuer macht und keiner kauft das, dann müsst ihr das Geld selber wegtun und behaltet das Plättchen. Ist so ein bisschen immer eine Abwägung, wie doll möchte ich dieses Plättchen? Ich weiß, dass mein Gegner das Plättchen möchte, weil er kann das auf jeden Fall gut in seine Stadt einbauen. Aber wie viel ist er bereit dafür auszugeben? Wie viel Geld hat er überhaupt noch? Und das ist jedes Mal aufs Neue spannend. Es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Plättchen und mit der Erweiterung auch ganz viele verschiedene Arten, wie man seine Stadt bauen kann. Dazu kommt nämlich noch, dass in jedem Spiel vier verschiedene Siegbedingungen oder Punktbedingungen ausliegen und in jeder Runde eine andere Kombination, dass diesen gewertet wird. Mit der Erweiterung gibt es, glaube ich, bestimmt 30 oder 35 verschiedene Bedingungen, was Punkte geben kann. Also Bauernhöhe, für die ihr habt in eurer Stadt liegen, den längsten Weg oder die meisten Plättchen in einer Zeile oder Spalte. wirklich unfassbar viele Varianz dabei, von Spiel zu Spiel und so, dass kein Spiel wie das andere ist und man es immer mal wieder gerne spielt und ich bin normalerweise nicht der größte Fan von Plättchenliegespielen, vor allem, weil ich es eigentlich nicht so gut kann. Ich habe Carcassonne damals erlernt bekommen oder gelehrt bekommen von einer Familie, die, glaube ich, fast jeden Tag Carcassonne gespielt hat und da habe ich einfach kein Land gesehen. Das war so ein bisschen so ein Trauma fast schon, also in keiner schlimmen Art und Weise, aber da habe ich einfach nie Land gesehen und deswegen habe ich immer das Gefühl, dass ich mit Leuten, mit denen ich spiele, ich immer dieses habe, wo lege ich das am besten an? Es gibt so viele Möglichkeiten, was ja eine gute Sache ist. Es gibt bei Plättchenliegenspielen meistens viele, viele gute Möglichkeiten und kaum eine falsche, aber ich hatte immer das Gefühl, andere sehen immer die perfekte Möglichkeit und für mich, ja, ich nehme wahrscheinlich immer die schlechteste von allen möglichen. Das ist natürlich nicht so, aber bei dem Spiel ist noch so viel anderes dabei, dass das Plättchenlegen nur ein kleiner Teil davon ist. Wie man strategisch gut die Sachen bepreist, dass man vielleicht die besten Plättchen eher für sich behält oder halt sehr tolle Plättchen für ganz viel Geld verkauft, die Plättchen aber in der Art und Weise anlegt, dass vielleicht ich diese Runde gar keine Punkte bekomme, aber dafür nächste Runde umso mehr, weil man kann ja sehen, was in den folgenden Runden Punkte bringt. Wirklich sehr, sehr, sehr cooles Spiel von Alexander Fister und Andreas Pelikan. Sehr cooles Spiel, Eye of Sky, beide Erweiterungen, die es gibt. Die erste sehr komplex, die andere, die zweite, die Druiden, glaube ich, heißt sie, gibt einfach mehr Plättchen noch zu kaufen, beides sehr zu empfehlen, die erste eher für Leute, denen das hier als Kennerspiel nicht weit genug gibt, die zweite, die Druiden-Erweiterung, eher für die Leute, die sagen, Eye of Sky, da hätte ich gerne noch mehr Plättchen pro Runde zur Auswahl, aber beide sehr zu empfehlen, auch als Großes und Ganzes, sehr cool, Nummer 42, Eye of Sky. Und für die letzte Nummer an diesem Tag hier, meine Nummer 41, Concordia. Und ihr seht, ihr habt zwei Boxen hier, einmal die Grundbox und einmal die Concordia Salsa Box und es ist auch gerade noch die Concordia Venus Box rausgekommen, ich glaube, wie hieß sie. Auch noch eine Erweiterung, aber auch als Standalone-Spiel vorhanden. Ein Spiel, was im Englischen einfach nur als Streamline bezeichnet werden würde, also ein Spiel, was sehr wenig Regeln hat und sehr einfach zu erlernen ist, aber eine sehr hohe Spieltiefe trotzdem bietet. Es ist ein Handmanagement-Spiel, das heißt, ihr habt eine Handvoll Karten und jeder Spieler startet am Anfang mit denselben Karten auf der Hand und im Prinzip steht auf den Karten genau das drauf, was ihr macht, das heißt, ihr spielt eine Karte, dann ist der Gegner dran, spielt seine nächste Karte auf und so weiter und auf den Karten steht wirklich alles drauf, was ihr wissen müsst. Das heißt, das Spiel ist innerhalb von fünf, vielleicht sogar ein bisschen weniger, vielleicht, wenn man es noch ein bisschen im Detail erklären will, maximal zehn Minuten erklärt, auch schnell aufgebaut und sehr einfach, also dann steht in der Karte, kaufe zwei Karten auf dem Markt. Der Markt liegt auf dem Tableau für alle sichtbar, aber nach und nach kauft man sich durch die neuen Karten halt ein besseres Deck zusammen. Vielleicht ist es kein Deck-Building-Spiel, wenn man seine Karten immer alle auf der Hand hat, dann ablegt und mit einer Karte alle wieder auf die Hand nehmen kann, also nicht wirklich Deck-Building, aber eher so ein Hand-Building-Spiel. Viele haben es bestimmt auch schon gespielt. Es ist sehr trocken, also das Thema auch hier Handeln im Mittelmeer ist natürlich jetzt nicht mehr das Spannendste. Das soll es aber auch gar nicht sein bei dem Spiel für mich, sondern einfach die Kombination aus, wie geschaffe ich es, mich im Mittelmeerraum auszubreiten, schnell an schön produzierende Städte zu kommen, mein Königreich oder meine Handelsplattform so ein bisschen auszubreiten und das noch schneller zu tun als der Gegner ist kein Rennen, aber kommt mir manchmal so ein bisschen vor, dass es manchmal so einen Rennaspekt in dem Spiel gibt und es hat halt das Brillante, dass wirklich alles über die Karten gesteuert wird. Wann ich was mache, welche Aktion ich auswähle und auch für was ich Punkte bekomme, weil jede Karte noch einer Gottheit zugeordnet ist und ihr könnt euch dann auf dem Markt auch noch mit neuen Karten, die anderen Gottheiten zugeordnet sind, eindecken. Und jede Gottheit steht für etwas anderes, was Punkte bringt. Zum Beispiel eine Gottheit gibt euch Punkte für jede Region, in die ihr seid. Die andere Gottheit gibt euch Punkte, wie viele Leute ihr auf dem Spielfeld habt. Eine andere Gottheit gibt euch für jede Sorte Waren, die ihr produzieren könnt, Punkte. Und wenn man die clever kombiniert, kriegt man halt die 5, 6, 7-fache Punktzahl für eine Sache, wenn man halt 5, 6 oder 7 Gottheiten dann in seinem Deck hat nachher. Sehr, sehr cool. Wirklich, also von McGirtz gibt es ja viele, diese klassischen Euro-Games, die auch häufig als sehr trocken wahrgenommen werden, sind sie wahrscheinlich auch. Und das hier ist für mich mit Abstand das Beste, das geradlinigste und das ja, wirklich fast brillanteste, weil es einfach so einfach, aber doch sehr komplex ist. Sehr zu empfehlen. Wer es noch nicht gespielt hat, Concordia. Definitiv ein Kennerspiel, was ihr euch mal ansehen solltet. ähm, ja, das waren meine ersten 10, in den, also 50 bis 41, in den ersten Top 10 von meinen Top 50 Spiele aller Zeiten. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ähm, was für, äh, eine, ein Frevel es ist, dass ich Destination X hier reingepackt habe. Ähm, aber, wie gesagt, ähm, different people, different opinion. schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Top 50 bis Top 41, nein, schreibt mir, was eure Top 10 Spiele sind, das könnt ihr jetzt schon reinschreiben. ähm, würde mich, würde mich sehr interessieren. Und wie ihr das macht, wie ihr eure Spiele quasi rankt, also, wie, wie schafft ihr es, die Spiele, Spiel A über, äh, Spiel B zu packen? Was sind eure Bewertungskriterien da? Weil das, äh, hat mich wirklich einiges an, äh, Nervenschweiß und Geduld gekostet, das so zu sortieren. Ähm, aber bis jetzt bin ich ganz zufrieden, wie es, äh, rausgekommen ist. Ich hoffe ihr auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und vielen, vielen, vielen Dank nochmal für die tausend Abonnenten bisher. Bis zum nächsten Mal. Wege an Bord. Ciao.